Meine lieben Zuschauer, ja, der Gold- und der Silberpreis, beide befinden sich im Bereich von potenziellen Comeback-Zonen. Diese potenziellen Comeback-Zonen sind meiner Meinung nach so stark, dass ich bereits mit einer Limitmarke bei einer Silberaktie im Markt aktiv geworden bin. Und in dieser Ausgabe möchte ich euch total gerne zeigen, wo fangen diese Unterstützungen an, bis wohin erstrecken sie sich, welche Unterstützung darf nicht fallen, damit diese genannten Comeback-Zonen tatsächlich den Bullen richtig Spaß machen können. Jetzt muss man dazu Folgendes sagen. Ich habe euch ja vor zwei Wochen eine Ausgabe zur Verfügung gestellt und habe dabei mir selbst die theoretische Frage gestellt, also vor zwei Wochen, wenn mich jetzt jemand zwingen würde, du musst Gold oder Bitcoin kaufen, Was würdest du tun? Und damals habe ich die Frage beantwortet mit Bitcoin. Seit dieser Ausgabe ist der Goldpreis um 8,5% gefallen in der Spitze, der Silberpreis ist um 10% gefallen und was mit dem Bitcoinpreis passiert ist, ist hinlänglich bekannt. Ich habe aber auch fairerweise gesagt, wenn man mich zwingt, würde ich sofort den Bitcoinpreis kaufen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne noch warten, bis die 70.000 gefallen ist. Dann ist für mich das erste Ziel im Bereich der 90.000. Jetzt stellt sich die Frage, jemand, der vor zwei Wochen den Goldpreis und den Silberpreis meiden wollte, will jetzt schon wieder Bulle sein und Unterstützungen kaufen. Wie passt denn das zusammen? Weil wir gerade durch die letzte Ausgabe extrem viele neue Zuschauer gewonnen haben und die, die mich kennen, ich flex halt auch gern ein bisschen, nur damit wir die Situation richtig einschätzen können. Ich habe euch, bevor der Goldpreis über 2.000 gegangen ist, gesagt, ich bin Goldbulle. Der Goldpreis hat einen Ausbruch gemacht, hat einen kleinen Schönheitsfehler. Da ist nämlich noch die Allzeithochmarke im Weg, aber das macht nichts. Der Goldpreis wird laufen. Und hier steht zwar vor einem Jahr, genau genommen war das im März 2023, da habe ich euch gesagt, Gold und Silber bieten noch eine letzte Kaufchance. Da waren wir bei 1.800 und ich habe gesagt 1.7. Das wird die Zone sein, bevor der Goldpreis nach oben dreht. Das heißt, ich bin schon länger als Goldbulle hier unterwegs. Und mir ist es bewusst, dass ihr derzeit Videos seht mit Silberpreis 200, Goldpreis-Prognose 3.500, 5.000, 3.500 ist ja noch, aber das ist sehr hoch. Und ich bin auch neidisch auf diese Klicks. Trotzdem muss ich euch sagen, ich halte solche Prognosen für reines Clickbaiting. Denn eines muss man sich bitte bei aller Unterstützung, was wir uns jetzt gleich angucken, vergegenwärtigen. Vielleicht könnt ihr die Frage beantworten, weil ihr regelmäßig diese Ausgaben schaut. Wenn nicht, wie lange hat der letzte Bullenmarkt bei Gold gedauert? Also höhere Hochs und höhere Tiefs. Nicht der aktuelle, der letzte. Lasst es mich euch zeigen mit unserer Enfinchart-Software. Begonnen hat der Oktober 99 und endete im Hoch im September 2011. Wenn ich das messe, dann sind das 144 Monatskerzen. Also elf Jahre. Elfenhalb Jahre. Wie lange aktuell macht eigentlich der Goldpreis höhere Hochs und höhere Tiefs? Gucken wir uns das an. Der Pullback war 2016 zu Ende. Damals hat sich keiner für den Goldpreis interessiert. Und seitdem befinden wir uns in höhere Hochs und höhere Tiefs. Und wenn ich das jetzt messe, dann stelle ich fest, nö, das sind keine 144 Monate, sondern das sind nur 106 Monate. Nur 106 Monate. Also 10 Jahre. Ob jetzt ein Bullenmarkt 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre dauert, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht Gegenstand dieser Ausgabe. Nur und auch nicht böse gemeint. Und ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Es ist so, dass wir Retail-Trader, ich sage jetzt mal bewusst wir, dann bullisch werden, dann besonders Bock auf etwas bekommen, wenn es schon ganz lange läuft. Und dann schauen wir uns aber auch die Charts eher so an, in einer kleineren Zeiteinheit und denken uns, ja, super. So, aber wir sehen eine lange Rallye. Und ein Parameter, den ich wirklich gerne verwende, ist der Abstand zur 200-Monats-Linie. Und guckt mal, 2011 vor dem großen Crash, war der Abstand, lass uns mal andersrum messen, das ist schlauer. So, war der Abstand von oben nach unten, Verzeihung, 68%. Okay, wie ist denn der aktuelle Abstand? Der aktuelle Abstand ist nur 45%. Nichtsdestotrotz sind wir in einer riesigen, aufwärtsgerichteten Stange. Und ich sage euch ja, diese Stangen können eins besonders gut länger und länger und länger und länger werden. Überhaupt keine Frage. Trotzdem, bitte sich für gegenwärtigen, dieser Bullenmarkt geht schon eine Weile. Und diese Gegenbewegung bei Gold ist fundamental zustande gekommen, weil der Dollarpreis stärker wird. Im Übrigen, wann ist denn saisonal die schlechteste Phase für den US-Dollar? Ende des Jahres. Trotzdem ist der Dollar stärker geworden, weil der Markt davon ausgeht, dass die FED weniger stark die Zinsen senken wird. Das sorgt dafür, dass der sogenannte Realzins, also Zins der FED minus Inflation, länger positiv bleiben könnte. Das ist auch ein Grund, warum der Goldpreis unter Druck kommt. Der zweite Grund ist, wir haben aktuell eine absolute Risk-On-Phase. Das heißt, Altcoins werden gekauft, Shitcoins werden gekauft, Unternehmen werden gekauft, die aktuell nicht profitabel sind, aber in der Hoffnung von Deregulierung womöglich größere Gewinne machen könnten. Das heißt, der Markt sucht, zumindest ein Teil des Marktes sucht gerade das Risiko. Dabei steht der Goldpreis für Wertbeständigkeit. Und nochmals, wir haben allein seit November, glaube ich, eine 70% Rallye hinter uns gebracht. 55% Rallye, Entschuldigung. Das heißt, wir haben einen total bullischen Markt und ich glaube, dass jeder Pullback erstmal gekauft wird. Nur das, was ich hier nicht machen werde, ist, euch zu sagen, 3.000, 4.000, 5.000. Für den Fall, dass es der neuen US-amerikanischen Regierung gelingt, die Wirtschaft anzukurbeln und die Inflation nicht anzuheizen und der Markt weiterhin im Risk-on-Modus bleibt, dann kann es sein, dass der Goldpreis tatsächlich nach dieser längeren Rallye einen größeren Pullback machen möchte. Falls sich aber bewahrheitet, dass es mehr politische Unsicherheiten gibt, dann ist natürlich der sichere Hafen gefragt. Aber diese Frage kann ich statt jetzt nicht beantworten. Und deswegen, wenn wir uns ganz realistisch mit dem Markt auseinandersetzen, für diejenigen, die sagen, Charttechnik ist kompletter Humbug und jetzt kann ich abschalten, ich kann eure Bedenken verstehen, weil es auf YouTube zu viele gibt, die meinen, anhand der Chartanalyse langfristige Kursziele bestimmen zu können. Jemand hat mir eine Analyse geschickt und hat gesagt, es interessiert auch nicht wer. Da gäbe es einen extrem guten Analysten, der sagt, der Goldpreis hat das Ziel bei 1.000 Dollar. Mit anderen Worten, und das wäre technisch bestimmt, mit anderen Worten müsste der Goldpreis um 70% fallen. Historisch ist der Goldpreis noch nie um 70% gefallen. Und der Goldpreis steht eigentlich für Wertbeständigkeit. So das Größte, was wir an maximalen Ausverkauf gesehen haben, waren 40, 45% und dann war der Goldpreis maximal überverkauft. Solche langfristigen Aussagen lassen sich anhand von Chartanalyse nicht treffen. Denn wir wissen überhaupt nicht, wo die gesamte, die globale Wirtschaft und die politische Situation in zwei, drei Jahren sein wird. Und deswegen verstehe ich auch eure Kritik an der Charttechnik. Was man aber mit Charttechnik wirklich sehr gut machen kann, ist, Unterstützungen vorauszusagen oder potenzielle Ausbrüche zu erkennen. Guckt mal, dieser Ausbruch, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Über zwei Jahre haben wir mit dieser Zone gekämpft. Und nachdem dieser Ausbruch zustande kam, guckt euch die Dynamik an, die der Markt gemacht hat. Und jetzt schaut euch mal bitte an, wo aktuell der Goldpreis sich befindet. Seit Anfang dieses Jahres ist diese 20-Wochen-Linie eine Unterstützung. Das ist nur eine Marke. Eine erste Unterstützung. Das merken wir uns. Wenn wir in den Tageschart gehen, dann ist es, Achtung, aber etwas tiefer, deswegen sage ich auch Comeback-Zone, ist die 200-Tage-Linie bei 2460 Punkten. Das heißt, da wo wir gerade sind, 2535 und 2450. 20-Wochen-Linie, 200-Tage-Linie. Das beachtet doch kein Mensch damit. Doch, das wird beachtet. Manchmal wird darum gekämpft, aber hier findet er zum Beispiel Unterstützung. Hier findet er Unterstützung. Gerade in einem Bullenmarkt ist die 200-Tage-Linie gerne die Linie, die die Bullen von den Bären unterscheidet. Dazu, wenn ich in die kleinere Zeiteinheit gehe, dann seht ihr, ah, das war eine Konsolidierung. Dieser Widerstand wird bullisch aufgelöst. Der setzt hier drauf auf. Das ist eine horizontale Unterstützung im Bereich von 2520. Die nächste ist bei 2460. Das heißt, der eine kauft die 20-Wochen-Linie, der andere will die 200-Tage-Linie kaufen. Der nächste möchte diese horizontale Unterstützung kaufen. Und ich kann es euch zeigen, tatsächlich etwas, was immer wieder beachtet wird, sind Fibomarke. Und die 61er Fibomarke ist auch noch bei 2480 Punkten. Es gibt sehr viele Menschen, die auf diese horizontalen Marken, Fibomarken, gleitenden Durchschnitte achten. Und deswegen sage ich, dass der Goldpreis hier in eine starke Unterstützungszone kommt. Das Einzige, womit ich euch jetzt nicht dienen kann, nachdem der Goldpreis über mehrere Monate, 1, 2, Pause, Pause, 3, 4, 5, 6, Pause, 7, 8, 9, 10 Mal höhere Hochs gemacht hat, zu sagen, okay, also wir berühren jetzt diese Zone um die 252480, wir sind ja schon an der Oberkante angekommen und danach gibt es Sakatumski. Kann ich nicht. Das ist keine langfristige Einstiegsmöglichkeit. Eine langfristige Einstiegsmöglichkeit, die ich aktuell nicht kommen sehe, aber wenn sie uns gegeben würde, wäre so 2, 2 bis 2, 1. Dann hätte der Markt einen größeren Pullback gemacht. Im Moment haben wir einen Bullenmarkt und Pullbacks werden eher schneller gekauft werden. Das gleiche sehen wir aber auch beim Silbermarkt. Und ich sage es nur in einem Satz. Ihr schaut euch stundenlang Videos an, bei denen Menschen Linien zeichnen und FIPS zeichnen und so weiter. Und unsere Software macht das alles automatisiert. Das spart so unglaublich viel Zeit. Nicht nur, dass du dir jederzeit die Gold- und Silberanalysen angucken kannst und sagen kannst, ja, gleitende Durchschnitte können sie alle, sondern du kannst auch sagen, Moment, von der letzten großen Stange, von der großen Stange ist tatsächlich die 38, die erste Unterstützung, die immer wieder hält, habe ich euch zuletzt immer wieder gezeigt. Diese Marke wird mir gezeigt, aktuell haben wir ein maximales Retracement gemacht von 31,62. So, und diese Marke, die 38,2 ist bei 29,44. Wir haben das tief gemacht, ein bisschen drüber. Okay, erste Zone. Wenn wir in den Tagesschart gehen, 200-Tage-Linie. Okay, von der letzten Aufwärtswelle, die 61er FIBO-Marke ist bei 29,67. Das wird mir angezeigt. Wir haben ein maximales Retracement gemacht von 30,19. Das heißt, der Silberpreis läuft eine erste Unterstützung bereits an und diese Unterstützung erstreckt sich, wenn man etwas tiefer guckt, bis noch so in die 29,10 hinein. Das ist eine sehr starke Unterstützung. Und im Übrigen, ihr könnt euch das auch in einer kleineren Zeiteinheit angucken. Zum Beispiel, wenn ich mir das hier im 5-Minuten-Chart angucke, dann sehe ich, okay, eine untergeordnete Widerstandszone ist bei 30,40 und 30,60. Das ist in allen Zeiteinheiten analysiert und nicht nur das. Ich weiß nicht, angenommen, ihr habt irgendeine Gold- oder Silberaktie, Pan American Silver. Okay, gleitender Durchschnitt sehe ich. Wo ist denn die nächste richtig starke Unterstützung? Oh ja, 61er FIBO-Marke, breite Unterstützungszone. Die Analyse ist für euch fertig. Wo ist denn die nächste Widerstandszone? Bei 26. Nicht nur das. Wie ich euch gesagt habe, ich habe ein Limit drin in diesem Gold- und Silbermarkt. Nicht mit Mondzielen, sondern mit realistischen Kursen. Und das ist auch für meine Klienten. Und ich würde euch gerne Folgendes zeigen. Es ist so, dass wir nicht nur diese automatisierte Chartsoftware anbieten, sondern auch natürlich für unsere Klienten aktiv diese Trades umsetzen. Und ich zeige euch mal, wir haben seit 6 Jahren ziemlich genau, haben wir dieses Angebot des Live-Tradings. Und ich bin jemand, der sehr vorsichtig und sehr konservativ tradet. Das heißt, ich riskiere pro Trade, ich weiß nicht, 0,4, 0,2, 0,3. Das heißt, 0,3% meines Portfolios bringe ich ins Risiko, wenn dieser Trade nicht funktionieren würde. Ihr seht sozusagen, wie vorsichtig ich insgesamt agiere. Und da geht es mir jetzt um Folgendes. Unser Angebot für 59 Euro im Monat. Ich habe es gerade mal ausgerechnet. Wenn man die letzten 6 Jahre dabei wäre, und die, die vor 6 Jahren eingestiegen sind, hatten noch einen ganz anderen Preis, hätte man einen maximalen Preis bezahlt von 4.000 Euro. Wir haben mit diesem sehr vorsichtigen Risiko, mit 10.000 Euro angefangen, mittlerweile allein nochmals mit so kleinem Risiko nicht nur 7.000 Euro Gewinn gemacht, sondern wir haben in dieser gesamten Zeit gerade mal 8% von unserem Portfolio verloren. Und ich mag es tatsächlich, wenn es konstant ist. Oktober 49 Euro, September 200 Euro, August 139. Das sind alles unsere Live-Trades. Das teile ich mit all unseren Klienten. Juli, ok, nur 35. Juni 126. Mai 162. Dann mal 800 Euro. März 191. Der letzte Monat, der Minus gemacht hat, war der Februar. Falls ihr gerne mit mir und meinem Team traden möchtet, seid ihr herzlich eingeladen. Geht gerne auf unsere Homepage. Enfin Ultra bieten wir euch derzeit an. Wenn euch das interessiert, die automatisierte Chartsoftware. Nicht nur alle meine Trades, sondern auch alle meine Investitionen und tägliche Updates. Freue ich mich, wenn das für euch in Frage kommt. Wenn wir zurückkommen zur aktuellen Situation bei Gold und Silber. Das heißt, beide, wenn ich das nochmal zeigen darf, gerade bei Silber nochmal, haben eine wirklich starke Rallye hinter sich. Und beide haben zuletzt auch einen größeren Pullback gemacht. Der letzte Pullback bei Silber, bitte beachtet das, hat länger gedauert, hat 20% gebracht. Das heißt, wir hatten eine erste Abwärtswelle. Die wurde fast komplett wieder egalisiert und dann kam eine zweite Welle. Wenn wir jetzt in einer solchen Korrekturphase sind, könnte man sagen, ja, aber das ist ja der erste Ausverkauf, mein lieber Hamid. Hier kommt die Gegenbewegung und dann könnte es ja noch eine Welle geben. Natürlich, und deswegen sage ich euch auch, das ist eine erste Unterstützungszone. Für den Fall, dass der Markt sich für einen größeren Pullback entscheidet, haben wir tiefere Kurse. Das heißt, der Grund, wenn ich diese Unterstützung hier gerade als interessant finde und ich möchte es immer ein bisschen tiefer haben, dann habe ich ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis, dann habe ich auch irdische Ziele, nämlich in Richtung der Jahreshochs, die wir hatten, beziehungsweise bei Gold beim Allzeithoch. Und deswegen sage ich euch auch, ja, wenn wir hier eine Abwärtswelle, Gegenbewegung, zweite Welle haben und wir etwas Ähnliches hier auch kriegen könnten, ist auch entsprechend mein Ziel nur in Richtung 33, 40, 34. Die richtig fette Unterstützung bei Silber, ich muss nichts machen, ich muss nichts machen, ist bei 26 Dollar. Guck mal, fette horizontale Zone wird mir automatisiert angezeigt und von der letzten Aufwärtswelle die 61er Fibu-Marke bei 26, 07. Übrigens, horizontale Marken funktionieren deswegen so gut, weil irgendeiner sich denkt, oh ja, ich glaube, bei 26, das ist eine geile Zone, die kaufe ich. Und dann kaufen die das nicht. Und dann sitzen sie zu Hause und wenn der Markt dann wieder da hinkommt, dann wird das gekauft. Oder diejenigen, die sich denken, boah, Silber ist so schwach, das verkaufe ich. Dann gucken sie zu, wie der Markt die ganze Zeit gegen sie läuft. Und wenn er dann wieder auf diese Unterstützung zurückkommt, kennt ihr das? Break-Even, bloß weg. Oh, danke, kein Verlust. Deswegen funktionieren diese Unterstützungen. Und diese Fibu-Marken, das sind Marken, auf die mittlerweile Institutionelle achten, weil es selbsterfüllende Prophezeiungen geworden sind. Und deswegen, anstatt zu sagen, glaube ich nicht, glaube ich daran, habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Zonen sehr hilfreich sind in sehr, sehr vielen Fällen. Und deswegen, erste Unterstützungszonen werden angelaufen. Achtet darauf, dass es noch etwas tiefer eine zweite Unterstützungszone gibt. Und ich bin nicht in dem Camp, der euch sagt, diese Unterstützungen werden sofort zu höheren Hochs führen müssen. In diesem Sinne. Ich habe da schon meine Befürchtung. Keine Kursziel von 200 und kein Kursziel von 5000. Der erste Nachjahre kriegt nur 5000 Klicks. Ist in Ordnung. Mir ist es lieber, wenn ich Zuschauer habe, die hilfreiche Informationen bekommen. Das Wachstum geht langfristig. Schön, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit. Däumchen ist ein absolutes Träumchen. Gehabt euch wohl.